ja und verhofft kommt oft willkommen zurück auf meinem kanal tatsächlich noch mal ein video heute abend ich habe noch ein bisschen in den kisten gekramt und habe noch ein paar teile gefunden die mich auch verlassen können ja alle vier teile die ihr seht kosten das stück 45 euro versand nach wahl kommt oben drauf alle teile sind entweder neu oder neuwertig das wasabi in kokobolo ist komplett unbenutzt die schneeflocke aus dem pass around in einem absolut neuwertigen zustand obwohl sie für kleinere aufgaben benutzt wurde dann haben wir die olight ion das ist quasi die taschenlampe im stile eines edlen smartphones titan rahmen gorilla glas vorne und hinten touchfeld zur bedienung vorne zwei leds an ausschalter an der seite die hat bei mir vielleicht 45 50 betriebs minuten aufladbar über usb selbstverständlich alles in der original verpackung auch 45 euro und als letztes mit 900 lumen schon ein ziemliches licht monster die sehr kompakte meg army pt 14 auch hier könnt ihr hoffentlich sehen tippitoppi zustand die hat es ein paar mal im winter in die jackentasche geschafft aber nicht wirklich häufig die kam im grunde gegen die deutlich günstigeres sofern sf14 nicht an coole coole lampe definitiv wie gesagt 900 lumen maximalleistung mit einem 14 500er akku den haben wahrscheinlich viele von euch zu hause rum liegen von daher passt das könnte natürlich auch mit normal doppel a batterie betreiben dann ist da noch mal nachschauen dann ist die leistung natürlich deutlich geringer aber auch das ist überhaupt kein problem wie gesagt mit einer 14 500er geht die kleine lampe fast in richtung 1000 lumen und das ist schon extrem geil ja also wie gesagt 45 euro das stück das lalpin von ossabo cooles messerchen hätte jetzt natürlich noch mal die finger tapsen machte machen wir doch mal kurz damit ihr sehen könnt dass ich griff und klinge in einem richtig tollen zustand befinden das messer kommt scharf wunderbares teil schön verarbeitet gefällt mir auch richtig gut bekommt aber überhaupt keine einsatzzeit bei mir und dann ja das erste kanzei matsuno design das böcker plus aufgelegt hat den front flipper das wasabi wunderschöne klinge tolles holz das kokobolo ebenfalls für 45 euro ja und wie im letzten video auch gibt es dann noch ein kleines highlight hinten dran nagelneu und unbenutzt lediglich bei mir auf dem kanal vorgestellt also unbenutzt ich habe damit glaube ich eine gurke geschnitten das best tech knives shinkansen ein front flipper für die daumen öffnung kommt sogar noch original öl ein bisschen aus der pivote raus fantastisches messer tolle handlage herausragende verarbeitung tut und finish auf der klinge voll titan konstruktion mit carbon inlays anodisierter backspacer anodisierter clip neu preis ich glaube 250 260 euro sowas um den dreh absolut neuwertig so gut wie unbenutzt könnt ihr kriegen bei mir für 160 shinkansen 160 alle teile kommen selbstverständlich in der ovp beim shinkansen das volle programm dann auch mit der couch mit dem doppel zipper mit allem schnick und schnack preise werde ich auch noch mal unten in die video beschreibung tackern falls euch eines der teile interessiert meldet euch bei mir schreibt einen kommentar dass ihr definitiv das eine oder das andere teilnehmen wollt wer zuerst schreibt und eine definitive zusage gibt der ist doch als erstes dran und ja meine e mail adresse werde ich mal gucken dass ich die wieder in die video beschreibung packe und der rest ergibt sich dann ich danke euch fürs zuschauen wünschen schönen abend und sage wie immer wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bye bye